Ja Leute, weiter geht's mit dem Posen-Guide und jetzt, ja, jetzt geht's ans Eingemachte, denn so langsam wird es Zeit von dem Basic Setup, was ich jetzt tagelang verwendet habe, aufs fortschrittliche Setup zu gehen, aufs entspanntere Setup. Wir geben Geld aus für unser erstes vernünftiges Set. Also, legen wir los. Ich habe in den vergangenen Tagen sehr, sehr viel hier auch mit diesem, ja, Zweitaccount sozusagen Gas gegeben. Ich guck gerade mal rein in der Statistik, insgesamt 19, werden hier angezeigt, 19 Stunden Spielzeit sind da jetzt drin. Ich würde sagen, wir ziehen mal so rund drei bis vier Stunden ab, die da zwischendurch Wartezeiten sind und, 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 beziehungsweise, wo ich mal so halb AFK war und so weiter. Also sagen wir mal, rechnen wir mal mit rund 15 Stunden Spielzeit jetzt zur Zeit. Level 12 ist erreicht. Ganz schönes Ding. Ich war allerdings auch mit Level 12 bisher nur an zwei Gewässern und zwar die in den vorherigen Videos vorgestellten. Das heißt, einmal am Windenbach und einmal am Moskitosee. Jetzt gerade hier am Moskitosee, den Windenbach habe ich immer wieder mitgenommen, einfach fürs Angeln auf Hasel und auf Laube. hatte ich, nein, hatte ich noch nicht in den Videos gezeigt. Ich habe tatsächlich, und das ist der absolute Oberhammer, in den Statistiken sieht man es. Bäm, Alter, eine Super Trophy Laube mit 161 Gramm. Mega geil. Super Trophy Laube gefangen auf Kaster. Geil. Ha? 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 Irgendwann nachts einfach gedacht so, komm, Alter, wirfst du nochmal die Routen aus. Wir haben jetzt auch schon wieder mitten in der Nacht. Ähm, ja. Sehr schönes Ding. Alles natürlich schön verwandelt in jede Menge Silber. Und das Silber geben wir heute aus. Warum habe ich bis Level zwölf? So lange hier und ich habe tatsächlich nichts ausgegeben. Ich habe einmal bisher gekauft und zwar diese Kaster. Die Kaster habe ich einmal gekauft. Wir gucken mal eben kurz rein hier. Stand der Dinge. Ihr seht hier oben schon. Ich war eins, zwei, drei, vier, fünfmal am, äh, oder sechsmal eigentlich, weil das eine verwende ich ja, ähm, am Startgewässer, wo man das Tutorial startet, an diesem Waldsee und habe mir, ähm, dieses Angelset nachgeholt. Hier sieht man auch die Haken. Habe ich gemacht, ähm, um die 30 Regenwürmer zu bekommen. Also komplett auf Sparmodus. Die ganze Zeit bis Level zwölf. Quasi nichts ausgegeben. Ähm, nichts weiter verwendet, außer diese zwei Routen. Diese, die man am Anfang hat. Und halt diese Ersatzroute. Und, ähm, als Köder, ähm, einmal halt gekauft aus dem Tutorial. Beziehungsweise, nee, ich hatte ja glaube ich, ich hatte mir einmal diese Box geholt. Habe ich mir die Box geholt? Ich habe mir einmal diese Box geholt. Und, also diese Köderbox. Und ich habe mir nochmal Custer nachgekauft. Ein größeres Paket Custer. Und, ähm, die habe ich jetzt auch schon fast alle verangelt. Wir können mal eben schauen, wie das, äh, Custer Pack irgendwie preislich war. Custer deswegen, weil sie eben am Windenbach hervorragend funktionieren auf Hasel. Ich habe sehr viel auf Hasel geangelt, sehr viel eben auch und dann auf Laube. Laube ging auch sehr gut mit Zuckmucke. Zuckmucke, ähm, das ging auch ganz gut. Also, dieses Set natürlich. Gehen wir mal auf die Naturköder hier schnell. Zack, allgemein. Dieses Set einmal gekauft. Und bei den Custer einmal das 300er Set. Ihr seht, das ist nicht wirklich teuer. Die paar Silber kriegt man schnell zusammen. Und von diesen 300 habe ich auch schon einige durchgeballert. Ich habe noch 125 Stück übrig. Das heißt, das lübt. Ähm, ja. Diese gesamte Kohle habe ich natürlich verwandelt in, oder diese ganzen Köder habe ich dann wieder verwandelt in Silber. Und ihr seht es auch hier schon wieder. Kaffeeaufträge, Kaffeeaufträge, Kaffeeaufträge. Also, zum einen, sparen, sparen, sparen. Zum anderen, Kaffeeaufträge, Kaffeeaufträge. Kaffeeaufträge abgeben. Wenn ihr seht, dass hier unten zum Beispiel so eine Güste nur noch zwei Stunden drin ist, vielleicht nochmal ein bisschen warten. Wenn ihr sagt, okay, ich muss aber jetzt irgendwie off, ich muss weg. 24 Stunden halten die Fische im Kescher frisch. Das heißt, wenn ihr am nächsten Tag wieder ein bisschen Zeit habt und wieder ein bisschen weiter angeln wollt, dann guckt einfach, ob ihr noch weitere Fische abgeben könnt und verkaufen könnt, bevor ihr, wenn halt gar nichts mehr geht, die als allerletzte Lösung tatsächlich hier verkaufen geht. So schafft man es dann in der Zeit. Ich habe jetzt 667 Silber gemacht. Könnte man mehr schaffen? Ja, man könnte sogar mehr schaffen. Bei mir hat das Stippen auf Hasel und Laube zurzeit am Windenbach, direkt quasi neben dem Kaffee am Windenbach, sieht man ja auch in den anderen Videos, hat nicht so super funktioniert. Das heißt, bei mir, wo ich jetzt gerade angefangen habe, läuft es am Windenbach gerade nicht so super. Und dazu kommt, und das ist auch noch ein Grund, warum ich jetzt auch gerade hier wieder stehe, man kann hier natürlich jetzt deutlich entspannter angeln. Einfach mal so nebenbei vielleicht irgendwie gerade so einen YouTube-Kanal gucken und ein paar Videos richtig reinziehen. Und dann hier nebenbei einfach mal, guck mal hier, eine kleine Schleie, Alter. Sehr geil. Und dann eben nebenbei hier ein bisschen auf Stippe stehen und eben das Ganze halt entspannter machen. Wenn dann die ganze Zeit das Fließgewässer ist, ist es natürlich wesentlich schwieriger. Man muss die ganze Zeit dabei sein, immer wieder nachwerfen und gucken und mitführen und so weiter. Und hier ist es natürlich deutlich entspannter, wenn ihr die Routen einfach so reinwerft und ihr seht, in dem Moment, wo quasi die Pose richtig runtergeht, da dann natürlich zugreifen. Ich stehe jetzt hier, habe hier eh quasi schon im Anschlag und ja, da war gerade dieser Ruck, dass es wirklich nochmal ein Stückchen tiefer ging. Und dann hakt hier direkt der Fisch. Egal, wie groß die Fische jetzt hier am Anfang sind, das ist alles nicht so ganz wichtig. Auch gerne die Unmaßigen mitnehmen, wegen der Kaffeeaufträge. Oder auch hier dann einfach vielleicht schon mal in Action gehen und dann, wenn die Schnur zu weit ist, vielleicht ein paar Meter nach hinten. Guck mal, auf der anderen Route geht es auch gerade wieder runter. Also so eben versuchen, hier das Maximum am Fisch rauszukriegen. Kriege ich, kriege ich, kriege ich, kriege ich, kriege ich nicht. Verdammt. Siehst du, und deswegen, weil das mit zwei Routen schon so schwierig ist, deswegen habe ich mir keine dritte geholt. Ich habe die ganze Zeit gehadert. Komm, holst du dir, das ist ja auch nicht so wahnsinnig teuer, holst du dir vielleicht noch eine. Wir können gleich nochmal reingucken. Wir gucken auch natürlich gleich in den Shop, was wir uns gleich gönnen hier. Aber ich habe echt damit gehadert, mir eine dritte noch zu holen, wegen dieser Action. Wenn man hier wirklich dann zu Gange ist und man hat, ja, das war so eine Art Hebebiss, da ging die Pose eher nach oben. Zack. Und man hat einfach schon mit zwei Routen so viel zu tun, die man im Blick haben muss, dann ist man mit drei Routen eben auch schnell überfordert. Wenn ihr damit klarkommt, let's fetz. Wenn ihr meint, alles klar, easy, mach ich, dann let's fetz. Für mich ist das mit dem Posenangeln eh schon so tricky. Ich konzentriere mich da lieber länger auf eine oder auf diese zwei Posen, als es dann mit dreien regelmäßig noch schwieriger zu machen oder es zwischendurch zu versauen regelrecht. Ja, und das war eben der Grund jetzt hier die ganze Zeit rund 15 Stunden. Zum einen, wie gesagt, bis Level 12 und ich konnte mir natürlich auch vorher nicht schon eine andere Route kaufen, eine andere als eine Stippe, denn und da kommen wir natürlich jetzt auch so langsam zu, denn man kann ja auch noch Skillpunkte und Talente verteilen und diese werden hier ab 30 Prozent Posenfischen, jetzt habe ich da oben gerade 31 Prozent stehen mittlerweile. Ab 30 Prozent kann man hier erst die Bolo-Route verwenden. Vorher no way. So, das ist eben auch der Punkt, warum ich so lange gewartet habe mit dem Kauf von neuem Setup. Nicht mit dem Verteilen von Skillpunkten, sondern nur mit dem Kauf vom Setup. Das ist einfach der Knackpunkt gewesen. Ich wollte starten mit dem Bolo-Set, dass ich mir da das erste Mal, dass ich da das erste Mal Geld ausgebe, denn sobald man das Set hat, wird es schon mal deutlich leichter mit dem Fische fangen. Ja, wenn wir schon mal hier sind, könnten wir eigentlich natürlich hier jetzt auch schon die Skillpunkte verteilen. Das heißt, wir haben ja mittlerweile elf Punkte zur Verfügung und ich baller, soll ich es wirklich machen? Ich baller tatsächlich hier die Punkte, man muss echt jedes Mal bestätigen, rein ins Bolo-Set. Was hat es nebenbei natürlich für einen Vorteil, hier Talentpunkte reinzutun, auch wenn wir später noch weiter mit der Stippe rumhantieren wollen? Ihr seht es, diese Punkte teilen sich hier quasi Stippe und Bolo. Hinweis, hier steht es auch nochmal drin, Bolognese-Route und Stippe teilen sich dieselben Skillpunkte und müssen daher nicht separat verbessert werden. Was bringt das Ganze? Wurfweite können wir anfangs noch komplett vernachlässigen, gar nicht so wirklich wichtig. Wurfgenauigkeit ist ganz schön, wenn man mal genauso zwischen ein paar Schilf oder Seerosen werfen will, dass man halt nicht irgendwie verhakt oder so. Das ist schon mal ganz praktisch und ganz wichtig ist da tatsächlich die Fischkontrolle. Das heißt, wenn ihr mal einen richtig dicken Brocken habt, bekommt ihr den besser gelenkt, besser wieder unter Kontrolle und dadurch schneller rausgezogen. Und das ist natürlich auch super wichtig fürs Stippen, denn wenn man dann mit der Stippe mal irgendwie einen etwas dickeren Brocken hat, den will man natürlich auch schnellstmöglich rausziehen, dass er nicht abhauen kann. So, das sind die ersten verteilten Punkte. Ich warte bisher dann erstmal noch weiter. Ich gucke mal, ob ich hier vielleicht in die Bolo-Montage gehe oder, oder, oder. Abwarten erstmal noch. Ich bin soweit erstmal damit zufrieden. Hab jetzt also auf Bolo geskillt. Und dann geht es jetzt weiter mit dem Set. Gehen wir mal rein. Gehen wir als erstes hier auf die Routen. Gehen auf Bolognese-Routen. Ach nee, wir gucken nochmal eben kurz in die Stippe. Das wäre ja die, die ich hier schon habe. Das sind 25 Silber, wie gesagt, oder 19 Silber, wenn ihr die kleinere dann nehmt. Tendenziell hätte ich tatsächlich, wenn ich mir eine gekauft hätte, noch eine weitere, hätte ich die kleinere genommen. Denn man merkt einen deutlichen Unterschied, gerade am Windenbach oder auch hier am Moskito. Wenn die so lang sind, sind eben auch die Schnüre so lang. Und das ist manchmal wirklich hinderlich. Also man braucht einfach für den Anhieb viel länger, damit die Schnur straff ist. Und da war es oftmals so, dass ich selbst mit der ollen Bambusroute viel besser und viel einfacher die Fische rausgezogen habe. Also wenn ich mir doch noch mehr Stippen gekauft hätte, hätte ich mir tatsächlich die kürzeren hier genommen. Mit knapp 4 Meter, nicht 4 Meter 80, also ein bisschen kürzer und natürlich auch preislich deutlich praktischer. Hätte man, ja, hätte man locker machen können. Ähm, das ganze Thema mit dem, ähm, mit Grundangeln und Spinningangeln, ähm, wie gesagt, wird ja noch weiter behandelt in den jeweiligen Videos. Ich hatte ja auch schon gesagt, hier Starter-Set, äh, Grund- oder Feeder-Starter-Set. Das lohnt sich absolut. Und beim Spinning, da gibt es ein extra Video zu, ähm, fürs Spinning-Ambelaya, was kaufen und so weiter und so weiter. Ähm, da müssten wir noch ein bisschen weiter angeln. Aber man hat ja auch am Anfang schon eine Spinning-Route, die tatsächlich fantastisch ist. Ganz fantastisches Gerät. Man denkt, das ist so ein olles 0815, so ein oller 0815-Knüppel, der wenig Tragfähigkeit hat. Äh, wirklich ein fantastisches Gerät. Hiermit kann man super angeln. Fantastisches Wurfgewicht. 2 Gramm bis 10 Gramm. Es ist eine, eine Leitroute. Das heißt, man hat auch noch Bonus-XP und so weiter. Also wirklich ein gutes Gerät. Damit kann man sehr, sehr viel angeln, wenn man halt Spinning-Main ist. So, kommen wir jetzt aber zu den Punkten. Was kaufen wir uns als Posenangler? Und das wollen wir ja jetzt durchziehen. Also, Angelrouten, Bolognese-Route und wir gehen hier auf dieses Gerät. Ähm, warum habe ich mich dafür entschieden? Ich habe mir gedacht, ich hole mir für das Geld, was ich habe, die höchst beste Qualität. Und das sind zurzeit zweieinhalb Sterne Qualität. Das hier ist nur anderthalb Sterne. Das Ding hat nur einen Stern. Warum das Ganze? Zweieinhalb Sterne, immerhin muss man sagen. Es ist immer noch Basic und natürlich ist, äh, nach hier unten hin alles immer besser. Und länger sparen wäre natürlich auch noch besser. Aber ich als wirklich, ich habe wirklich nicht so den Bock auf Stippen. Ähm, ich muss einfach mir was holen, womit ich schön entspannt und nicht mit hohlem Verschleiß, daher die etwas bessere Qualität, ähm, mir ein paar Fische rausziehen kann. Und das Ding hier, das nächste, was teurer wäre, hätte auch eben nur zweieinhalb Sterne. Und hier wären wir dann gerade mal bei drei Sternen. Und ihr seht den Preis. Das, ne, das passt halt nicht. Da fehlt immer noch die Rolle und die ist halt eben auch sehr teuer. Ja, hier unten müssen wir gar nicht von sprechen. Also, landen wir bei dem Gerät. Ich nehme auch tatsächlich dieses Gerät. Habe jetzt hier einmal, ähm, ein Wurfgewicht von 5 Gramm bis 40 Gramm. Das passt so weit. 5 Meter Länge ist auch ganz okay. Tragfähigkeit von 6 Kilo. 6,2 Kilo. Das ist doch schon mal ganz schön. Und, äh, ja, das Ding nehmen wir mit. Jetzt schaue ich gerade noch mal eben auf meinen Zettel, ob ich nicht irgendwie was, äh, übersehen habe. Passt das in Gänze? Komme ich mit der Kohle hin? Ne, ne. Ich glaube, ich komme mit der Kohle nur knapp hin. Also, ich verkaufe dann doch mal eben kurz die Brocken, die ich hier hatte. Schauen wir noch mal kurz ins Café. Da war ja irgendwie nur was mit zwei Stunden. Und jetzt ist es tatsächlich abgelaufen. Habe ich noch Schläfergrundeln? Okay, ich verkaufe alles bis auf die Schläfergrundeln. Davon fangen wir uns noch eine. Und Rot... Ha! Rotaugenauftrag ist reingekommen. Ist das ein, ist das ein Traum. Elf Silber kriegen wir dafür. Für fünf unmaßige, räudige Rotaugen, die nichts wert sind, die machen wir jetzt zu Elf Silber. Ehrenhaft. Sehr, sehr schön. Lauben haben wir hier nicht. Schläfergrundeln. Okay, die heben wir uns auch noch auf. Das ist der Grund, ne? Das ist der Grund. Fische aufheben, Leute. So, wir nehmen jetzt hier alle. Alles ausgewählt. Und jetzt machen wir hier mit Steuerung. Klick, klick. Den lassen wir raus. Den Rest verkaufen wir jetzt auch. Haben wir jetzt noch mal acht Silber. Guck mal hier. Fünf Fische für elf. Der halben Kescher voll. Naja, nicht ganz. Für acht Silber. Aber wir kaufen, wir verkaufen trotzdem. Wir sind arm und wir brauchen das Geld. Jetzt aber. Also, ran zum Shoppen. Jetzt kaufen wir uns einmal die... Hier ist es Bollo. Express Fishing. Das Teil. 352 Silber. Dann geht's an die Rollen. Angelrolle. Stationärrolle brauchen wir. Gerade nochmal hier im Gucken. Äh, was hatte ich mir ausgesucht? Ich hatte mir ausgesucht. Ette hier. Auch da wieder zweieinhalb Sterne. Zweieinhalb Sterne. 5,5 Kilo Bremskraft. Wir nehmen die Viertausender. Weil auf die Viertausender mehr Schnur drauf passt, als auf die Dreitausender. Ist halt eine kleinere... Ne? Man sieht's hier so ein bisschen. Ist eine kleinere Spule. Hier passt einfach ein bisschen mehr drauf. Man sieht's auch hier oben. 0,2. Ähm, 195 Meter. Und hier 144 Meter nur. Also nehmen wir uns die. Auch da natürlich war wieder die Wahl. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Hier haben wir dann eben auch nur zwei Sterne. Und so weiter. Ähm, auch hier gibt's natürlich diese Möglichkeit. Aber auch hier wiederum nur anderthalb Sterne. Je weniger Sterne, je weniger die Qualität, je geringer die Qualität, desto eher hat man eben den Verschleiß da drauf. Wollen wir nicht. Ähm, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ist allerdings auch nur eine Dreitausender. Auch da nur zwei Sterne. Adriatica. Eine Rolle, die auch immer wieder gerne genommen wird. Durchaus eine Möglichkeit. Wenn ihr jetzt wirklich sagt, okay, ich zieh einfach noch ein bisschen länger durch. Man könnte natürlich auch das teilnehmen. Mit 7,5 Kilo Bremskraft. Durchaus möglich. Hier also die größere, die 5000er. Durchaus möglich. Ähm, aber wie gesagt, auch da nur zwei Sterne Qualität. Andere Möglichkeit, wenn ihr auch da sagt, okay, ich geb lieber noch ein bisschen mehr. Kohle aus. Ähm, dieses Gerät. Könnte man auch machen. Drei Sterne Qualität. 6,5 Kilo. Ich meine, ich könnte jetzt auch noch mal ein bisschen durchziehen und mir das Teil holen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, ich hab mich dafür, also wie gesagt, wenn ihr da fit seid und ihr habt vielleicht einen wirklich gut laufenden Spot gehabt für Haseln und Lauben. Geht ruhig auf dieses Gerät. Das ist top. Bei mir war es wie gesagt schlecht. Und mein Hintergedanke, ähm, vielleicht auch eher Low Budget dran zu gehen. Was ist denn, wenn du als Anfänger es vielleicht nicht schaffst, auf die Kohle zu kommen. Nicht, dass du dann entmutigt bist und sagst, Alter, ich komm einfach nicht auf das Geld. Wie gesagt, ich hab nichts gekauft. Kein Essen gekauft. Kein Trinken gekauft. Absolut sparsam. Nichts ausgegeben außer halt für Köder. Und wie gesagt, das ist halt der Weg gewesen oder das Wichtigste für mich gewesen, ähm, ein gutes, richtig gutes Startzettel dann zu haben. Und nicht halt mit diesem 0815, wo man dann quasi mit, äh, hier ans, ans Wasser gelassen wird. Also das, da muss man sich halt eine Zeit lang durchbeißen. Und dann hat man aber auch wieder was Vernünftiges. Ja, und jetzt wie gesagt, ich greife hier zu. Es ist halt ein bisschen günstiger nochmal. Ähm, ich gebe ein bisschen Low Budget dran. Nicht direkt übertreiben. Zack. Jetzt haben wir noch 86 Silber übrig. Und ja, man muss natürlich auch daran denken, dass man jetzt nicht nur mit der Rolle hier und mit der Schnur klarkommen muss. Denn man muss ja auch, ähm, mit der Rolle und der, und der Rute klarkommen muss. Man muss ja auch die Schnur kaufen. Und deswegen kaufe ich jetzt natürlich auch nochmal eine Schnur. Wir haben hier 5,5 Kilo Bremskraft auf der Rolle. Halten wir das schon mal fest. Wir bremsen maximal hier jetzt mit 5,5 Kilo. Gucken wir nochmal auf die Route. Die Route, hier haben wir sie angeklickt. Die Route trägt 6,2 Kilo. Das heißt, wir bleiben vom Setup, wenn wir es zusammenbauen, von der Route her, wir bleiben unter der Tragfähigkeit, mit der Schnur, unter der Tragfähigkeit der Route. Wenn man da drüber geht, besteht einfach die Chance, dass man die Route zerbricht. Das wäre schlecht. 350 Silber weg, Katastrophe, keine Angelrute mehr. Also, ganz wichtiger Punkt, wenn ihr das Set zusammenbaut, und zwar so wild und nicht schon ein vorgefertigtes euch kauft, aufpassen, was ihr kauft, welche Schnur ihr kauft und richtig zusammenbauen. Also, Tragfähigkeit der Route, 6,2 Kilo. Wir bleiben mit der Schnur da drunter. Das halten wir jetzt im Hinterkopf. Und dann gucken wir hier nochmal nach monophile Schnüre. Monophil deswegen, weil Monoschnur weniger Verschleiß hat. Das ist aus einem Guss sozusagen eine Schnur. Die Scheuchwirkung ist nicht so ganz groß wie bei einer geflochtenen. Und es ist einfach eine Schnur, die man einfach so, glaube ich, ganz gut verwenden kann. Auch so fürs Posenangeln. Und jetzt gucken wir gerade mal. Wir könnten oder wir nehmen hier einfach diese 5 Kilo Schnur als Anfangsschnur. Auch da sind wir bei einer Qualität von zweieinhalb Sternen. Da sind wir jetzt quasi schön zweieinhalb Qualität durchgehend im Setup. Später, wenn wir Vorfächer verwenden können und so weiter, man könnte auch noch eine bessere Schnur dann später nehmen. Auch die hier ist natürlich ein bisschen dünner. Da könnte man auch noch eine etwas stärkere nehmen. Aber wir sind dann ein bisschen knapp von der Kohle. Und ich brauche demnächst wieder einiges an Ködern und neue Haken. Wollen wir uns auch kaufen. Deswegen nehme ich erstmal dieses Gerät. Ich nehme das Teil hier mit 5 Kilo. Reicht auch für die meisten Fische anfangs komplett aus. Und wir gehen ja so ein bisschen auch in den Drill rein. Und was eben das Schöne ist, wenn was kaputt geht, geht halt die Schnur nur kaputt. Und ansonsten wird uns da nichts kaputt gehen. So, also öffnen wir das Inventar, beziehungsweise wir drücken mal U und ziehen jetzt hier unser Sahnegerät mal hier auf die 1 und die Stippe die zweite auf die und die Ersatzroute auf die 3. Okay, haben wir mal ein bisschen neu verteilt. Und jetzt haben wir hier das Gerät. So, dann tun wir hier die Rolle drauf. Dann nehmen wir uns die neue Schnur. Dann haben wir hier immer noch die Federkiele vom Ersatzset, also vom Waldsee. Die nehmen wir auch erstmal. Wir können uns natürlich auch zwischendurch nochmal eine Pose kaufen, je nachdem, wenn wir halt wieder ein bisschen Kohle haben. Vorfächer können wir noch nicht. Aber wir haben hier auch schon mal ein paar tolle neue Haken. Und da nehmen wir dann natürlich erstmal einen Haken. Und guckt hier, wir haben nicht mehr wirklich viele Küder. Weißbrot zum Beispiel nehme ich jetzt einfach mal als Küder. Und das Ganze können wir jetzt schon benutzen. Ich stelle das Ding mal eben ab. Übrigens, was ich noch gar nicht erwähnt habe, das Abstellen der Route. Ich hoffe, ihr habt es mittlerweile raus aus den Infos. Hatte ich in den ersten Videos gar nicht gesagt. Fällt mir ein. Mit der Nulltaste kann man das machen. Ich habe es mir mittlerweile hier auf die Daumentaste von der Maus gelegt. Deswegen ist es bei mir so intuitiv, wenn ich es abstelle, drücke ich einfach an der Maus die Daumentaste. Und ja, dann geht es wieder. Dann stelle ich es wieder ab. Ja, aber da ist jetzt, wie gesagt, das Gerät. Hat, finde ich, eine ganz ordentliche Länge. Hier sieht ganz vernünftig aus. Und damit gehen wir jetzt mal ans Gewässer. Und dafür suchen wir uns jetzt eben nicht mehr hier diesen Steg aus. Wir schnappen uns das hier mal eben nicht, dass es da was abreißt oder kaputt geht. Das packen wir auch mal eben ein. Und einer der schönsten Spots, finde ich, auch hier am Mosquito. Da gehen wir jetzt mal eben hin. Auch für ganz viele verschiedene Köder. Ich habe es noch nicht getestet. Ist ja jetzt hier gerade erster Einkauf. Also jetzt aktuell nicht getestet. Aber vor vielen Monaten war das hier schon immer gut. Und zwar wollen wir da, wo ist die Rutenspitze gerade hin, zeige ich da in diesem Bereich, wollen wir hinwerfen. Und ich probiere jetzt hier einfach mal so eine Ködertiefe von, machen wir mal so 40, 45 Zentimeter. So, jetzt können wir auswerfen. Okay, wir sehen schon, die Pose ist relativ leicht. Ich werfe mal maximal aus. Shift-Gedrück halten. Jawohl, fliegt so ein bisschen raus. So, und jetzt ist es so, auch hier machen wir es ein bisschen locker. Drücken nochmal Enter. Dadurch öffnet sich der Bügel. Da unten steht es. Bügel ist offen. Und jetzt drücken wir mal R und drehen erstmal die Einholgeschwindigkeit auf Maximum. Also Einholgeschwindigkeit auf 50. Dann können wir nämlich gleich, wir können das Ding auch eigentlich abstellen. Und ihr seht, die Schnur ist locker. Warum der Bügel offen? Der Fisch zuppelt, er zieht vielleicht ein bisschen und er kann damit auch ein bisschen abhauen. Und dann machen wir den Bügel zu. Zack, das Ganze spannt sich sofort. Und hakt natürlich dann mal im Fisch schön ein. Und da haben wir eine höhere Hak-Chance. Nächster Punkt, gerade wenn ihr die abgestellt habt, die Ruten. Und da zuppelt etwas und die Schnur ist vielleicht sogar schon ein bisschen gespannt, weil er so am rumzuppeln ist und ein bisschen rumschwimmt der Fisch. Ihr hebt dann auf. Ihr seht, wie die Schnur sich bewegt. Dann besteht einfach die Chance, dass ihr, wenn der Bügel zu ist, so einen Ruck macht an der Schnur und der Fisch haut ab. Katastrophe wollen wir nicht. Deswegen immer schön den Bügel offen haben. Später beim, wenn man die ganz großen Matchruten hat, da kann man das schon mal machen, auch so beim Karpfenangeln, dass man da den Bügel zu macht. Die haken sich auch gerne selbst dann, die dicken Karpfen. Aber hier beim Boloangeln einfach so lassen und dann ist das alles gut. Wir sehen gerade ganz wenig Reaktion hier. Das ist mir gerade ein bisschen zu mau. Also wechseln wir mal direkt den Köder. Ich habe kaum noch Köder. Krass. Borkenkäferlarve. Was kann die? So, ich ziehe mal noch ein bisschen Schnur wieder zurück. So. Aufmachen wieder. Damit das so einigermaßen stramm ist, da nicht so viel Schnur auf dem Wasser rumliegt. So, und dann geht es natürlich auch los, dass man hier schon wieder Z drückt. Ranzoomen, damit man hier die kleine Pose auch gut sehen kann. Natürlich gerne immer F für die Taschenlampe drücken. Und dann guckt man, was da geht. Wenn wir gleich sehen, dass da was zuppelt, natürlich gleich die Rute in die Hand nehmen. Und dann halten wir gleich Shift gedrückt. Shift ist die Funktion fürs schneller einkurbeln mit der Pose. Und jetzt geht es schon los. Wir nehmen sie auf. Aufwärts Taste 1. Wir können schon mal ein bisschen kurbeln. Bügel mache ich sogar wieder auf. Und in dem Moment, wo der jetzt... Na, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich halte Shift schon gedrückt. Und jetzt lassen wir ihn ein bisschen zuppeln. Könnte vielleicht ein Rotauge sein oder sowas, was so mehrfach rumzuppelt. Die brauchen immer ein bisschen länger. Und in dem Moment jetzt... Perfekt, ist gehakt. Jetzt halte ich es ein bisschen drückt. Was habe ich gerade gemacht mit dem Roten hier unten? Ich habe R gedrückt. Drillgeschwindigkeit wird automatisch angepasst. Wir ziehen ihn jetzt erstmal eben raus. Drillgeschwindigkeit wird automatisch angepasst. Da ist diese Fehlermeldung. Ha! Sehr schön. Erste Karausche gefangen. Auf Bollo oder Match. Da haben wir schon die ersten Achievements. Die ersten Points bekommen. Sehr schön. Maßiger Fisch. Alles richtig gemacht. Mitgenommen. Kommen wir nochmal zu dieser Fehlermeldung von gerade. Drillgeschwindigkeit stellen wir ja an. Die Einholgeschwindigkeit stellen wir ein, wenn wir R gedrückt halten. Sobald ein Fisch gebissen hat, kommt diese Fehlermeldung, weil man dann die Drillgeschwindigkeit nicht mehr ändern kann. Das machen wir uns einfach zunutze, andersrum. Um zu kontrollieren, ob der Fisch gebissen hat, gehakt hat, drückt man einfach zwischendurch R. Es kommt die Fehlermeldung. Der Fisch ist dran. Wenn ihr euch unsicher seid, ist der Fisch dran oder nicht? R drücken. Ganz simpel. Ist bei mir so mittlerweile in Fleisch und Blut, beim Spinning, bei allem. Sobald ich merke, irgendwas ist anders, drücke ich R. Sobald ich merke, der Fisch oder der zieht was runter oder auch beim Grundangeln. Das erste, was ich mache, ich hebe die Rute auf, drücke R. Bevor ich kurbel, bevor ich irgendwas bewege, bevor ich den Fisch irgendwie verschrecke, drücke ich R. Wenn ich mir dann sicher bin, dass er dran ist, Steuerung, zack, rechte Maustaste mit dem Anschlagen, den Fisch nochmal haken, damit man auch sicher ist, dass man ihn richtig gehakt hat. Nochmal diesen Anschlag setzen und dann langsam einkurbeln, entspannt und gut ist. Das ist so ein bisschen dieser Ablauf, ist bei mir einfach schon so drin. Deswegen, ich muss halt echt überlegen, was ist wichtig, was ist essentiell, was macht das Angeln alles noch ein bisschen erfolgreicher für euch. Das sind einfach so viele Kleinigkeiten, die da mit reinkommen. So, und jetzt ist das eigentlich, ja, das ist es. Vor allem ist das jetzt das Einfachere. Das ist es, es ist so leicht jetzt. Ähm, sobald die Pose richtig untergeht, ist es nicht mal mit dem Anschlagen und verdorrig, habe ich, ist es angeschlagen, habe ich ihn jetzt gehakt oder nicht. Einfach, sobald das Ding runter geht, Shift, linke Maustaste, schnelles einkurbeln. Man hakt das Ding quasi automatisch an, danach rechte Maustaste, anheben und gut ist, man hat den Fisch. Am Windenbach später, auf Hasel, auf Laube, total easy, total simpel. Und so kann man jetzt halt da gut reingehen. Wie sieht es jetzt demnächst aus, was oder wie geht es weiter? Ähm, als nächstes werde ich mir jetzt, werde ich mir jetzt nochmal Köder holen, und zwar die Regenwürmer wieder vom, ähm, vom Startgewässer, also von diesem Waldsee. Nochmal Regenwürmer holen, das sind nochmal 30 Stück. Jede Stunde, alle 24 Stunden könnte man das machen. Ähm, ich reise allerdings jetzt nicht so oft hin und her, hin und her, hin und her, aber wenn ich mal das Gewässer wechsle, zwischendurch kurz erst zum Waldsee, Köder holen, dann wieder zum, in dem Fall jetzt hier zum Windenbach. Also ich mache immer diesen Umweg erst über den Waldsee und hole mir die Köder. Dann, ähm, äh, neue Köder kaufen. Caster werde ich jetzt erstmal noch weiter durch, äh, verwenden. Achso, ich habe ja andere, andere Haken schon gekauft. Ähm, ganz wichtig, kauft euch sowas wie 18er Haken. Ähm, sehr schön kleine, äh, kleine Haken. Ähm, 18er oder eben auch diese 16er in dieser besseren Qualität, hier diese roten. Also mindestens diese Qualität der Haken hier verwenden, ähm, das ist halt schon ganz vernünftig und da gibt es eben auch viele, die halt schön klein sind. Wenn ihr quasi jetzt speziell auf Laube gehen wollt, könntet ihr kleinere nehmen, aber es funktioniert auch mit 18er Haken sehr gut. Da empfiehlt es sich vielleicht eher auf bessere Köder zu gehen für Lauben. Ähm, und dann müssen wir einfach gucken, wie es jetzt demnächst, demnächst weitergeht. Ich denke, Köder ist auch schon der Knackpunkt. Jawohl, und gehakt. Die ist ein bisschen gewandert, weggewandert, das heißt, der Fischer hat schon gezogen. Hier wieder Shift und dieses schnelle Einkurbeln, zack, und dann bin ich schon wieder gehakt. Es ist so geil. Ach, ich bin so froh, ne? Endlich hier entspannt die Fischer Haken und nicht immer dieses Fail-Erlebnis mit der ollen Stippe. Super. Wenn ihr das erledigt habt, Leute, ab jetzt kann nur alles besser werden. Ab jetzt wird alles besser. Safe. Und jetzt, wie gesagt, mit dem Setup, 5 Kilo Tragfähigkeit, keine Ahnung, gib mir einen 10 Kilo Fisch, den drillen wir hier raus. Ohne Probleme. Das Teil hier hat eine Power von 6. Ich habe mir die Sets oder die Routen alle sehr gut angeguckt. Das Ding hat eine Power von 6. Das ist wirklich vernünftig. Ist relativ empfindlich, nichtsdestotrotz. Also, zeigt ganz gut an und so. Tragfähigkeit 6 Kilo ist top. 5 Kilo Schnur ist auch vollkommen okay. Also, wir können jetzt hier demnächst richtig schön rauskloppen. Wir werden natürlich jetzt demnächst auch an die höheren Gewässer gehen, weil jetzt können wir... Oh, hat er nicht gemacht. Passiert natürlich trotz allem, ne? Also, zwischendurch passiert es trotz allem, dass mal nicht gehakt wird. Wir haben auch immer noch nicht die Top-Qualitäten an Haken und sowas. Passiert immer noch ab und zu. Aber deutlich weniger. Ihr werdet es sehen. Ja, wie gesagt, höhere Gewässer kommen demnächst. Dann gehen wir natürlich auch an die Köderherstellung. Welche Köder können wir verwenden? Und wir bauen quasi jetzt Stück für Stück auf dieses Setup auf. Und ich denke auch, dass wir uns vielleicht sogar noch eine weitere Route holen. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie das jetzt demnächst funktioniert. Wie viel Kohle jetzt rauskommt. Und ja, welche Möglichkeiten wir haben, jetzt zunächst einmal mit diesem Setup hier angeln zu können. Und die ordentlichen Brocken rausziehen zu können. Das war's für den wichtigsten Part, würde ich sagen. Fürs Posenangeln, wenn das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen. Den Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Vielen Dank dafür, das hilft wahnsinnig. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.